so jetzt sehen wir die letzten minuten mit ausreichend gekommen aus dem nichts kann der aus dem nichts ja marius lüte Thomas Orellan Hör mal wieder! Es kommt wieder! Hör mal wieder! Hör mal wieder! Hey! Was? Eide Güter Jungs! Jungs! Schrauuu! Ja! 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 Mist! Vorsicht! Vorsicht! Oh nein! Ja! Druck! Ja! Und nach vorne! Ja! 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 weiter, weiter, weiter ... ... Rodrigo Salazar, was war denn das Pär? Also, das Torf 5.21 wird der Nummer 5 sehr fangen. Und jetzt kommt gleich die Crunch. Auch da, es wird wieder... Ja, 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 ja. Ich bin mal auf die Nachspielzeit gespannt. Ich glaube, das gibt vier, fünf Minuten. Fünf Minuten, Jungs! Oh Leute, jetzt hieß ich, wenn er noch möglich ist. Aber nur wenn er noch möglich ist. Und kein Eckmann einfach da vorne preschen mit dem Sau von dem Arsch noch. Oh nein, nein, nein! Kein Handspiel, kein Handspiel. Ach, höchstens 11 zu 3. Ich glaub, 70, 50 Minuten nicht viel gesungen. Auf einmal kommt noch was, aber ich werd nicht heißer. Also, ich bin deswegen jetzt. Achtung, mich schief, mich schief, mich schief, was macht er? Und jetzt da vorne, Mann! Das gibt's ja nicht. Jungs, der Puck ist zu wenig. Das gibt's ja nicht. Und jetzt nach vorne, ACHIAAAAAN! Wahnsinn. Warte und drücke, zackhen. Oh, dream. Ja. Ja. Jaa. 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 Jaaaa. Jaaaa. Jaaaaa. Jaaaa. Nooo! Ahhhh! I live in love! Oh, my name is nooo! Oh, my name is nooo! Oh, my name is nooo! I live in love! Oh, my name is nooo! Das gibt es nicht! Was ist hier denn los? Ich sag mal, Tor für unsere Mannschaft! In der 90. Spielung! In der 91. gibt es ja nicht! Tor für Schalke! 0-4! Und er war's tatsächlich die 24! Dominik! 3-2! Dominik! 3-2! 3-2! 3-2! Neues Spielstand! Schaliert mich! 0! 1-2! 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 1-3! 1-2! 1-2! 9-1! 1-2! 1-3! 1-3! 1-3! 1-3! 2-4! Wir leben noch! Und jetzt ein Abgriff noch! 1.30 bis 2 Minuten noch! 2.30 bis 2 Minuten noch! 2.30 bis 1 Minuten noch! 3.30 bis 2 Minuten noch! Letzten Minuten, ich glaube! an lalala larah lalala lalala lalalala lalala für εν Sonat! 1, 2, 3 Das ist aber eine Liebeserkenntnis. Das war jetzt schon ein Traumers der Schalke. Und Juri, Juri, ich bin verrückt. Der Mann, oh Gott, Juri. Der Mann, oh Gott, Juri, ich bin verrückt. 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 Dich! 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 Das war ein absoluter Thriller! Ein Krimi zum Schluss! Und wir haben aus einem Nullzahl das Groszellgebiet schon so angenommen, weil Bremen locker 2-0 gemacht hätte! Tor noch ein 2-1! Ich werd nicht verrückt, ich werd verrückt! Jungs, meine Stimme ist jetzt schon weg, obwohl ich eigentlich schon wollte! Was mag jetzt nur in den Wohnzimmern einer Schalker Salon gehen?! Jungs, da ist es mindestens 10.000 Klicks! Wenn ich sogar 20.000! Wenn wir's schaffen! Ich! Jetzt ist alle Augen auf München geworden! Und wenn wir's son! Applaus 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 Und Jungs, verspricht Mainz, in Mainz, weiter kämpfen, weiter siegen. Jetzt ist alles möglich. Selbst meine Stimme kann nicht mehr. Wir sind da, die Nacht begann. Hörst du Schalke, wo er legende, eine Liebe, die immer kenne. Oh 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 Die Geschichte hat ihn abbegab'n, in der Schalke wurde gend'n, eine Liebe, eine Liebe kenn'n. Doch auch! Doch auch! Doch auch! Doch auch! Kennst du den Mütter vom Schalker Mann? Die Geschichte hat ihn abbegab'n, in der Schalke wurde gend'n, eine Liebe, eine Liebe kenn'n. Doch auch! Ich glaub', Simon Cirolle weint. Er will aber zum Abschluss auf Schalke noch mal seine Karriere mit einem Klassenhalter bringen. Und da kommen die! Die großen Emotionen! Hey! 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 Schalke! 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 Ein unglaubliches Finish! Musik Ich hab' den Fehler gelandet, wir bleiben steht, ich glaub' was sind wir, wir kommen auch zu, so was ist mit mir? Hey! Ich hab' den Scheißenbart, hier ohne Brüder, ich hab' den Fehler, wir bleiben steht, ich glaub' was sind wir, wir kommen auch zu, so was ist mit mir? Hallo, wir haben einen Endstart, Schalke, zwei, Bremen, gut, Torschütze ist am einseit, die Nummer 5, Zipfaneben, 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 und jetzt um 2 zu 1, in allerletzte Sekunde! Hey! Schalke ist die Mann, die 24! Hey, er hat auch gelandet, wie er da geschehen, so glaub' was sind wir, und komm' auf gut, auf S04! Hey! Schalke ist die Mann, wir holen uns die Meisterschaft, das wär' noch gelandet, wir bleiben steht, so glaub' was sind wir, und komm' auf Achtung, so wessen wir! Wir bleiben steht, so glaub' was sind wir, und komm' auf Achtung, so wessen wir, und komm' auf S04! Komm' auf Duh, so wessen wir! Hey! Hey! Schalke ist die Mann, die wir holen uns die Wehverkapptaschee und auch gelandet, wir bleiben steht, so glaub' was sind wir, und komm' auf Duh, so wessen wir! Komm' auf Duh, so wessen wir! Komm' auf Duh, so wessen wir! Duh, so wessen wir! Dominik! 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 Wessen wir! Bitte! Glück! Genau, genau, du, du! So wessen! Wir haben nochmal einen Entstand! Nochmal den Entstand! Schalke! Zwei! Bremen! Null! Torstädter zum 1-2-1-5. ZEAP! Vandenberg! ZEAP! Vandenberg! ZEAP! Vandenberg! Vandenberg! Ja, und der Torstädter zum 2-1. Zusiegtreffer mit der Nummer auf! 24! Dominik! Dreckslam! Dominik! Dreckslam! Dominik! Dreckslam! Dominik! Dreckslam! Jetzt noch mal Schalke! 2! Bremen! 0! Danke! Bitte! Glück auf! Glück auf! Boah, Leute, ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal verarbeiten! dieser unglaubliche Siegesschritt in 75 oder 80 Minuten lang nur hinterher geschaut! und sich zu kommentieren! Und wir sind dann jetzt zum kurzen, wahrscheinlichen Finale gegen Altra Frankfurt! Bis dahin! Muss ich mich jetzt mal klamentisieren! Der Schalkefreak1990 sagt dann jetzt! Bis in 3 Wochen! Peace und Glück! OHHHHHHHHH